Hi Leute, wir sind heute in Bernburg unterwegs. Da hinten ist das Schloss Bernburg, das ich auch schon gezeigt habe. Das ist die Kreishaus 2 Kommunalverwaltung. Rathaus. Rathaus. Die Bernburger Blumenrohr. So, jetzt geht es weiter. Jetzt sieht das Rathaus von hinten aus. Also von vorne hier gesagt. Jetzt hast du weiter hinten. Glockenspiel. So, jetzt ist ja das Karl Maria von Weber Theater. Ein sehr schönes Haus. Karl Maria von Weber Theater. Auch relativ berühmt. Steht in vielen Fachbüchern. Auch drinnen. So. Also zur Info, wer es noch nicht gelesen hat, wir sind heute in Bernburg. Auch mal in Deutschland jetzt. Also ab jetzt werde ich auch in Deutschland Videos machen. Nicht nur im Ausland. So. Hier am Metropol. Ja. Ganz schön eigentlich. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Marktkirche. Restaurant. Herzische Speisen. Interessant. Aber es sieht relativ leer aus. Ja. Solche Häuser kommen auch immer wieder vor. Stadtinformationen rechts. Auch immer relativ praktisch, wenn man nicht in der Stadt wohnt und da gewisse Informationen bekommt. Jetzt kommt erstmal ein Auto hier. Orient Grill Haus. Ja. Jedes Stadt mit ihren eigenen Speisen. Auch ein sehr schönes Haus hier. So. Nach einer kleinen technischen Störung geht es wieder weiter. Genau. Es wird auch ein paar Videos von Haarlander Saale geben. Also meine Heimatstadt auch. Ne. Vielleicht auch Leipzig. Berlin. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber Halle und Leipzig auf jeden Fall noch. Magdeburg. Auf jeden Fall. Kommender Zeit. Ja. Na ja. Wir werden noch. Ja. Auch ein interessantes Haus. Ja. So machen wir mal auf der linken Seite auch mal weiter. Volksbank. Auch interessante Architektur. Ja. So. Gleich geht es weiter. Jetzt sind wir in der Innenstadt angekommen. Ja. 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 Tut mir leid noch mal wegen den ganzen Stops während des Videos. Die Leute. Viele Leute wollen auch nicht dass ich sie filme. Deshalb. Kann man ja auch verstehen. Deshalb. Muss ich manchmal. Kleine. Anhaltungen im Video machen. Aber es geht ja dann immer weiter. Wie gesagt heute hier in Bernburg. Auch gut. Das WC. Auch immer gut. So. Jetzt sind wir hier in einem Park angekommen. Ja. Viele Leute. Na gut. Dann bis zum nächsten Video. Dann erst mal ja. Tschüss. Und haut rein.